Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und heute sprechen wir über die fünf Sprachen der Liebe. Viel Spaß! Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil! Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Der Begriff, die fünf Sprachen der Liebe bzw. the five love languages, wurde von Gary Chapman geprägt und es ist auch der Titel eines Buches von ihm. Und die Idee hinter den fünf Sprachen der Liebe ist, dass wir Liebe auf verschiedene Arten und Weisen ausdrücken. Und wenn jemand unsere Sprache spricht sozusagen, dann fühlen wir uns geliebt. Und wenn jemand unsere Sprache nicht spricht, dann merken wir gar nicht, dass die andere Person Liebe und Wertschätzung und Anerkennung ausdrücken möchte. Wir merken es einfach nicht. Ich denke, dieses Thema ist sehr, sehr wichtig. Wenn man die Sprache des anderen nicht spricht, dann fühlt sich der andere ungeliebt. Wenn man die Sprache des anderen aber spricht, dann kann man dem Menschen eine große Freude bereiten. Die fünf Sprachen der Liebe sind nicht nur in Beziehungen wichtig, sondern auch für Freundschaften. Mit diesen Sprachen drückt man außer Liebe auch Anerkennung, Respekt und Wertschätzung aus. Die erste Sprache der Liebe ist Lob und Anerkennung. Leute, die diese Sprache sprechen, die sehen oft tolle Leistungen bei anderen Menschen und loben diese. Und damit drücken sie Respekt, Liebe und Anerkennung aus. Sie drücken Wertschätzung durch Worte aus. Das Ganze passiert auch oft ganz automatisch. Die Leute, die diese Sprache sprechen, merken manchmal gar nicht, dass sie jemanden loben. Für sie ist das Ganze natürlich Anerkennung durch Lobe auszudrücken. Die zweite Sprache der Liebe ist Zweisamkeit. Es geht um Zeit, die eine hohe Qualität hat. Es geht um Zeit, die man nur miteinander verbringt. Es ist Zeit ohne Ablenkungen und Störungen. Also das Handy wird weggelegt und man gibt dem anderen die volle Aufmerksamkeit. Man verbringt die Zeit bewusst miteinander. Man geht zum Beispiel gemeinsam essen oder man verbringt ein ganzes Wochenende ohne Störungen miteinander. Und Leute, die diese Sprache der Liebe sprechen, fühlen sich sehr geliebt und sehr wohl, wenn man Zeit mit ihnen verbringt ohne jegliche Störungen. Die dritte Sprache der Liebe sind Geschenke, die von Herzen kommen. Es geht nicht um den materiellen Wert, sondern es geht um die Gedanken, die sich jemand gemacht hat, um das passende Geschenk zu finden. Es gibt im Deutschen eine Redewendung, die lautet Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Und für Leute, die diese Sprache sprechen, ist dies das Motto. Wenn du solche Leute in deinem Leben hast, dann kommt es öfters vor, dass sie dir kleine Geschenke geben, weil sie sich gedacht haben, das wird ihm bestimmt gefallen. Die vierte Sprache der Liebe ist Hilfsbereitschaft. Leute, die diese Sprache sprechen, helfen aus Leidenschaft gerne und sie geben oft viele kleine Dienstleistungen. Sie machen vielleicht sauber oder sie gehen vielleicht für dich einkaufen – solche Dinge. Die fünfte Sprache der Liebe ist Zärtlichkeit. Leute, die diese Sprache sprechen, geben gerne Umarmungen oder sie berühren den Gesprächspartner an der Schulter zum Beispiel. In einer Partnerschaft kann man natürlich intimere Zärtlichkeiten austauschen, wie zum Beispiel Streicheleinheiten, Massagen oder Sex, aber es gibt viele verschiedene Arten, wie man Zärtlichkeiten austauschen kann und es gibt auch viele Möglichkeiten, das bei Freunden zu machen. Wie gesagt, durch Umarmungen oder indem man sanft die Hand auf die Schulter legt oder so. Das waren die fünf Sprachen der Liebe. Probiere es mal aus und achte darauf, welche Sprachen der Liebe die Menschen um dich herum sprechen. Du kannst auch herausfinden, was deine Sprachen sind, indem du einfach nach Five Love Languages suchst im Internet. Ich werde dir auch einen Link in der Videobeschreibung hinterlassen, sodass du einen Test machen kannst, der dir sagt, welche Sprachen der Liebe für dich die meiste Priorität haben. Und wie gesagt, probiere es mal aus, finde heraus, was die Leute in deiner Umgebung mögen und zeige ihnen deine Wertschätzung auf die Art, die für sie am besten ist und du wirst merken, dass du sie sehr glücklich dadurch machen kannst. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Du bist super! Eine große Umarmung. Dieses Video ist mein Geschenk an dich. Und was habe ich vergessen? Ja, und wir hatten ja gerade ein bisschen Zweisamkeit. Ich hoffe, du fühlst dich gewertschätzt, denn du bist super und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017